So, jetzt können wir uns nochmal ganz besonders freuen auf ein Act und zwar wie der DJ Craft KIZ zusammen mit Matondo. Matondo ist ein Berliner Rapper, der sich engagiert und tatsächlich auch damit ohne Auskommen diskriminierende, gewaltverherrlichende oder sexistische Sprüche in seine Raps einzubauen. Ich sehe, die Demo bewegt sich auch langsam, aber ihr seid einfach so viele, dass es gar nicht vorwärts geht. Danke Berlin, Matondo! Ja, dankeschön. Alles klar. Okay, wir haben nicht so viel Zeit. Ich würde gleich mit der ersten Nummer beginnen. DJ, gib ihm bitte. Okay, check. Berlin, seid ihr gut drauf heute? Sehr schön, sehr schön. Die Sonne scheint. Heute ist ein guter Tag, Leute. Ein guter Tag, um auf die Straße zu gehen. Heute gibt's keine Ausreden. Schön, dass ihr alle dabei seid, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Wir brauchen jede tatkräftige Unterstützung, Alter. Peace. Dieser Song heißt international. Okay? Unsere Eltern hatten es nicht einfach, kamen in ein neues Land. Darum sind wir eine Gemeinschaft. Ganz egal, wo du herkommst. Ganz egal, an wen du glaubst. Ganz egal, wie du aussiehst. Wir sind alle eine Faust. Unsere Nationalitäten. Sie haben uns vieles mitgegeben. Über Unterschiede sollten wir nicht reden. Lieber das, was wir gemeinsam haben, sehe. Eine Familie. Viva la Raza. Einer für alle und alle für ein. Blut ist dicker als Wasser. Wir sind alle besonders. Wir sind alle besonders. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Denn Frieden ist der richtige Weg. Wir sind alle besonders. Wir sind alle besonders. Was es muss, ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Denn wir sind international. Denn wir sind international. Vergessen nie unsere Heimat. Ganz egal, was die Zeit sagt. Denn wir sind international. Denn wir sind international. Denn wir sind international. Vergessen nie unsere Heimat. Ganz egal, was die Zeit sagt. Denn wir sind international. Leute gehen auf die Straße, weil die schlecht finden, was wir aus verschiedenen Ländern kommen. Verschiedene Kulturen haben. Verschiedene Hautfarben tragen. Aber Leute, das ist nicht wichtig, Alter. Es geht darum, dass wir Menschen bleiben. Egal, woher wir kommen. Versteht ihr, Leute? Das ist die Message dahinter. Ja, wir sollten alle zusammenrücken. Handeln gemeinsam. Freien besser das Miteinander. Achtet nicht auf die Herkunft, Religion oder Ausfarbe. Ja. Lass uns diese Welt wieder zweien das Bessere ausmachen. Ah. Wuh. Weil wir Menschen verschiedener Arten sind. Machen wir keine Unterschiede, diesen Farben blind. Und die AfD, sie kann weiter provozieren. Doch wir halten auch zusammen bei Staat mit Wind. Keine Mitte des Ziels, die deine Herkunft. Wir teilen alle dieselben Sorgen und vermehren uns. Diversität unser Schwerpunkt. Doch nun mal noch, dass er wird Blut aus unserer... Unsere Völker, sie werden unterdrückt. Sowohl in Deutschland, ein großer Teil von uns. Nicht alle verstehen uns und sagen, geh zurück. Kommt endlich klar damit, dieses Land ist bunt. Wir sind alle besonders. Wir sind alle besonders. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Denn Frieden ist der richtige Weg. Wir sind alle besonders. Wir sind alle besonders. Was ist, muss ist, keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Denn wir sind international. Und macht alle gerne mit, Leute. Denn wir sind was? International. Vergessen nie unsere Heimat. Ganz egal, was die Zeit sagt. Denn wir sind was? International. Denn wir sind international. Denn wir sind international. Vergessen nie unsere Heimat. Ganz egal, was die Zeit sagt. Und das ist gut so. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.